Glauben Sie nicht, dass der berühmte innere Schweinehund ein seltenes Tier ist. Es gehört zu uns Menschen wie die Darmflora. So wie wir alle innerlich von Kleinstlebewesen bewohnt sind, so steckt auch in uns allen der berühmte Schweinehund sogar in mir. Ich lebe mit meinem Exemplar in grundsätzlicher Eintracht. Lasse mich gerne von ihm auf Sofa zwingen. Allerdings habe ich seine charakterliche Schwachstelle identifiziert. Am sehr frühen Morgen, wenn alle Welt noch schläft, pennt auch er. Diese offene Flanke heißt es, listig zu nutzen. Leise schleiche ich mich zu meiner Kaffeemühle und kurble mich in Schwung, brühe mir eine Tasse Kaffee, schlüpfe ins Sportdress und stehle mich hinaus an den Busen der Natur. Und wenn der Schweinehund wach wird, bin ich normalerweise bereits über alle Berge. Diese Morgenroutine klappt umso besser, je fester sie in meinem Gesamt-Tagesablauf verankert ist. Und sportfreie Tage, womöglich sogar mehrere hintereinander, sind für diese Verankerung Gift. Und ich bin genau, wie in meinem Gesamt-Tagesablauf, Und ich bin mir eben sicher, glaube ich, ich hab gemeint. Ich bin jetzt hier, glaube ich, um alle Berge.